Wir hatten gesprochen über die beiden Situationen beim Kauf von Waren, Zahlung auf Ziel und Anzahlung. Bei der Zahlung auf Ziel liefert der Lieferant die Ware bereits, wenn noch keine Bezahlung erfolgt ist. Das heißt, das Erfüllungsgeschäft der Lieferung erfolgt vor dem Erfüllungsgeschäft der Zahlung. Wie könnten wir uns so etwas vorstellen? Nehmen wir an, wir bekommen jetzt als Käufer die Ware und als Paket und da klebt obendrauf eine Rechnung. So eine Rechnung würde beispielsweise so aussehen, wie ich das hier notiert habe. Zehn Tische je 100 Euro wären dann 1000 Euro und diesen Betrag nennen wir den Nettobetrag. Nun kennen Sie es aus der Lebenswirklichkeit aber auch, dass wir darauf dann immer noch Umsatzsteuer zu bezahlen haben. Diese Umsatzsteuer würde bei Tischen 19% betragen, wären also 190 Euro, die wir noch an Umsatzsteuer bezahlen müssen. Der Rechnungsbetrag, den wir dann als Käufer bezahlen müssen, lautet dann über 1190 Euro. Diesen Betrag nennen wir den Bruttobetrag. Ja und diese Zahlung auf Ziel würde bedeuten, dass wir diesen Rechnungsbetrag dann an den Verkäufern, unseren Lieferanten, innerhalb einer bestimmten Zahlungsfrist zahlen müssen. Ich habe hier mal einfach notiert, zahlbar innerhalb 60 Tagen auf unser Konto und dann würde da irgendetwas stehen. So könnten wir uns das also vorstellen. Wir wissen, letztendlich müssen wir bezahlen diese 1190 Euro und nun ist die Frage, wie verbuchen wir das Ganze? Ja, wenn wir die Ware jetzt vorzuliegen haben, dann haben wir eine Erhöhung des Vermögensgegenstandes Handelswaren. Und dieser Vermögensgegenstand ist dargestellt mit einem aktivischen Bestandskonto. Den Zugang dort würden wir im Soll buchen. Wenn wir dann einen Buchungssatz formulieren, grob in der Form Soll anhaben, dann würden wir also sagen, wir haben jetzt neue Handelsware im Bestand und diesen Zugang des Aktivums Handelswaren buchen wir im Soll. Ja, was passiert aber noch? Wir schulden dem Verkäufer 1190 Euro. Der Verkäufer hat sein Erfüllungsgeschäft, die Lieferung der Ware bereits erfüllt. Wir haben als Käufer unser Erfüllungsgeschäft, die Bezahlung der Ware noch nicht erfüllt. Und wir haben deshalb gegenüber dem Verkäufer eine Verbindlichkeit. Also Schulden und Verbindlichkeiten sind Synonym. Diese Verbindlichkeit oder diese Schuld steht auf der Passivseite. Den Zugang eines Passivums buchen wir ja im Haben. Wir würden dann buchen an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung nennen wir das. Und hier buchen wir den gesamten Rechnungsbetrag, den wir innerhalb der nächsten 60 Tage bezahlen müssen, als Betrag ein. Das wären also 1190 Euro. Die müssen wir ja an den Verkäufer überweisen. Ja, wie unterscheiden wir jetzt aber den Nettobetrag und die Umsatzsteuer? Die Umsatzsteuer können wir anders behandeln als den Nettobetrag. Denn wir bekommen diese gezahlte Umsatzsteuer letztlich als umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen vom Finanzamt wieder zurückerstattet. Oder vielleicht stellen wir es uns lieber noch mehr nach der Lebenswirklichkeit vor. Wir können diese gezahlte Umsatzsteuer von der Umsatzsteuer, die wir an das Finanzamt überweisen müssen, abziehen. Wir nennen diesen Sachverhalt dann Vorsteuer. Also gezahlte Umsatzsteuer nennen wir Vorsteuer. Ich schreibe das hier mal nochmal als Erläuterung ran. Es ist ja ein Unterschied, ob wir die Umsatzsteuer selber zahlen an Lieferanten oder ob wir Umsatzsteuer von unseren Kunden einnehmen. Hier haben wir erstmal Umsatzsteuer gezahlt. Und die würden wir dann auf dem Konto Vorsteuer verbuchen. Diese gezahlte Umsatzsteuer in Höhe von 190 Euro würden wir jetzt also hier auf dem Vorsteuerkonto im Soll erfassen. Und den Nettobetrag würden wir unter der Handelsware verbuchen. Ja, wir haben hier einen sogenannten zusammengesetzten Buchungssatz. In der Summe sprechen wir Konten auf Soll mit 1.190 Euro an. Und in der Summe sprechen wir Konten im Haben mit 1.190 Euro an. Das muss immer gegeben sein, dass die Summe Soll gleich der Summe Haben ist. Wir sprechen aber im Soll zwei Konten an. Das Konto Handelsware mit 1.000 und das Konto Vorsteuer mit 1.190. Und im Haben das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit 1.190. Nun könnte man sich die Frage stellen, wenn jetzt diese Zahlung auf Ziel bei Lieferung so verbucht wurde, wie wir das gemacht haben, Was passiert dann etwas später, wenn wir den Betrag tatsächlich bezahlen? Ich schreibe hier nochmal hin, das ist unsere Situation bei Lieferung. So können wir bei Lieferung buchen, in dem Moment, wo die Ware bei uns eintrifft. Nun müssten wir ja irgendwann später aber auch noch das Geld an den Verkäufer überweisen. Was würden wir dann buchen? In dem Moment, wo wir überweisen, haben wir keine Verbindlichkeit mehr aus Lieferung und Leistung. Wir haben einen Abgang dieser Verbindlichkeit. Und diesen Abgang der Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung buchen wir ja, weil Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ein passivisches Konto ist, im Soll. Würden wir also die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Jetzt soll ansprechen mit 1.190 Euro. Und wir würden es dann buchen an unser Bankkonto. Warum? In dem Moment, wo wir vom Bankkonto überweisen, haben wir einen Abgang auf dem aktivischen Konto Bank. Und den verbuchen wir im Haben. Mit 1.190 Euro. Damit ist die Verbindlichkeit bezahlt und wir hätten sie nicht mehr im Bestand. Schauen wir uns das Ganze vielleicht auch nochmal auf den T-Konten an. Was dabei passiert. Welche Konten sprechen wir hier alles an? Wenn wir uns das Ganze so wieder als aktivische und passivische Bestandskonten vorstellen, dann haben wir als aktivisches Bestandskonto das Konto Handelsware angesprochen, das Konto Vorsteuer und das Konto Bank. Bei den passivischen Bestandskonten haben wir die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung angesprochen. Was passiert nun zunächst bei Lieferung? Bei Lieferung haben wir das Konto Handelsware mit 1.000 im Soll angesprochen. Hier steht ja mal Soll und Haben drüber. Wir haben das Konto Vorsteuer mit 190 im Soll angesprochen. Und wir haben das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit 1.190 im Haben angesprochen. Das wäre unser Buchungssatz oben unten in den T-Konten eingetragen. Ich habe jetzt hier keine Buchnummer vergeben. Das ist ja noch ganz übersichtlich. Wir sehen ja alles auf einer Seite. Ja, was passiert jetzt bei Bezahlung? Bei Bezahlung sprechen wir das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Soll an mit 1.190 im Soll an mit 1.190 und das Konto Bank im Haben mit 1.190. Ja, wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, nach der Bezahlung zeitlich, haben wir keine Verbindlichkeit mehr. Wir sehen auf dem Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gibt es auch keinen Saldo. Dieses Konto ist vollkommen in sich abgeschlossen. Wir haben aber sehr wohl weniger Geld auf dem Bankkonto. Und das sehen wir, dass wir das Bankkonto nur diesen Abgang 1.190 erfasst haben. Und wir haben sehr wohl mehr Ware im Lager zu liegen. Deshalb sehen wir auf dem Konto Handelsware haben wir den Zugang von 1.000. Was wir noch haben, ist diese Umsatzsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt. Wie wir später weiter damit umgehen, betrachten wir noch. Im Moment können wir uns das vorstellen wie eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, dass wir Geld bekommen. Das stellt einen Vermögensgegenstand dar. Deshalb haben wir hier dieses Vorsteuerkonto um 1.190 erhöht.